Im pulsierenden Herzen der deutschen Unterhaltungswelt verbreitet sich ein Gerücht wie ein Laufeuer, das die Aufmerksamkeit um die Neugier des Publikums weckt. Die Spekulationen und Beatrice Eglis sichtbar gewordenen Bauch und die vermutete Schwangerschaft mit Florian Silbereisen fachen die Fantasie der Fans an und setzen die Medien in Aufruhr. Beatrice Egli, die für ihre betörende Schönheit und ihr außergewöhnliches musikalisches Talent bekannt ist, stand kürzlich wegen ihres veränderten Erscheinungsbildes im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Florian Silbereisen, ihr Partner sowohl auf der Bühne als auch im Leben, findet sich ebenso im Strudel der öffentlichen Aufmerksamkeit wieder, nachdem gemeinsame Bilder des Paares für zusätzliche Spekulationen sorgten. Ihre tiefe Verbundenheit und die sichtbare Fürsorge füreinander haben die Gerüchteküche zusätzlich angeheizt, auch wenn das Paar seine Privatsphäre stets gewahrt hat. In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem fließend sind, steigt die Spannung und die Wahrheit hinter den Bildern. Medien und soziale Netzwerke sind überschwemmt mit Vermutungen und angeblichen Beweisen, darunter ein sogenanntes, geheimes Foto, von einer Feier, das als vermeintlicher Beweis für Beatrices Schwangerschaft herangezogen wird. Während einige das Bild als eindeutigen Hinweis deuten, warnen andere vor voreiligen Schlüssen und der Gefahr unbegründeter Spekulationen. Die Zurückhaltung des Paares, sich zu den Gerüchten zu äußern, verstärkt nur das Rätselraten und die Sehnsucht der Öffentlichkeit nach Klarheit. Doch jenseits des Trubels steht eine unumstößliche Wahrheit, die Bedeutung von Respekt und Diskretion gegenüber dem Privatleben von Personen des öffentlichen Interesses. Es ist essentiell, die Privatsphäre von Beatrice und Florian zu wahren und Geduld zu bewahren, bis sie selbst entscheiden, ob und wann sie ihre persönlichen Nachrichten teilen möchten. Ihre Entscheidung, im Moment der künstlerischen Schöpfung und alltäglichen Arbeit Vorrang zu geben, ohne dabei auf die Gerüchte einzugehen, zeugt von Professionalität und dem Wunsch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das zunehmende Interesse an der möglichen Schwangerschaft und die begleitende Sorge und Anteilnahme der Fans unterstreichen die Beliebtheit des Paares, doch es erinnert uns auch an die Grenzen, die wir als Gesellschaft respektieren müssen. Die Vertreter von Beatrice und Florian haben bereits zur Besonnenheit aufgerufen und und Respekt für die Privatsphäre des Paares gebeten. In einer Welt, in der jeder Schritt im Licht der Öffentlichkeit steht, ist es von größter Bedeutung, die Würde und die persönlichen Grenzen zu achten. Ungeachtet der Wahrheit hinter den Gerüchten verdient jedes Paar, in Ruhe gelassen zu werden, bis sie bereit sind, ihr Glück mit der Welt zu teilen. So bleibt die Unterstützung und die liebevolle Zuwendung der Fans das schönste Geschenk, das wir Beatrice und Florian auf ihrem gemeinsamen Weg bieten können.